Richter Bürosysteme Das Unternehmen wurde am Standort Everdingen Anfang März 1987 von eGolf Richter gegründet. Eingangs als Meisterbetrieb für Büromaschinenhandel und Bürotechnik geführt, erfolgte kurz darauf die Umwandlung in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, in der es auch Mitarbeiterbeteiligungen gibt. Als solche breiter aufgestellt wurde 1990 der Standort in Rohrbach errichtet. Der kontinuierliche Erfolg brachte immer mehr Aufgaben und Produkte mit sich. Mit der Annäherung der IT-Welt an die Druck- und Kopierwelt sind bei Richter Bürosysteme inzwischen mehr als 30 Mitarbeiter beschäftigt, die sich den täglichen Anforderungen mit großem Einsatz und Fleiß stellen. Inzwischen gibt es seit 2003 in Everdingen und seit 2013 in Rohrbach neu errichtete Firmengebäude. Das Sortiment reicht von IT-Produkten aller Art, zum Beispiel Notebooks, Tablets, Desktop-Geräte, Server, Software, Telekommunikations- und Netzwerkprodukte bis zu einem vielfältigen Angebot im Druck- und Kopierbereich. Auch Softwarelösungen rund ums Drucken und Scannen sind immer mehr das Thema. Partnerschaften mit namhaften Herstellern wie zum Beispiel Canon, Sharp, HP und natürlich auch Microsoft schaffen die Möglichkeit, im direkten Gespräch den Bedürfnissen des Kunden mit optimalen Preis-Leistungskonditionen zu entsprechen. Die Beratung ist dabei unumgänglich, um den genauen Bedarf festzustellen und die richtige Produktlösung anzubieten. In den zwei Geschäftsstellen in Everdingen und Rohrbach findet sich das breite Angebot im EDV-Bereich, Büromaschinen, Büromaterial und die vielfältige Palette an Verbrauchsmaterial mit einer Top-Beratung und zu fairen, günstigen Preisen. Ausbildung wird im Hause Richter großgeschrieben. Schulungen und Qualifikationsprüfungen sorgen für ein gut ausgebildetes Serviceteam, das mit Know-how bei Installation, Service und Instandhaltung dem hohen Standard im Arbeitsalltag gerecht wird. Im Außendienst fallen jährlich 150.000 Kilometer an. Da sind regionale Standorte in Everdingen, Rohrbach und ein Servicestützpunkt in Linz wichtig. Zudem sorgt der Einsatz von Tablets für eine rasche Serviceerfassung beim Kunden. All das garantiert eine hohe Verfügbarkeit der Kundengeräte und optimiert deren Einsatzbereitschaft. Zuverlässigkeit, Wissen und Erfahrung garantieren Erfolg und hohe Kundenzufriedenheit. Im Namen der Firma Richter möchte ich Ihnen ein paar Dinge ans Herz legen, die uns wichtig sind. Wichtig ist uns die Kundenzufriedenheit. Die erreichen wir aber nur durch die hohe und gute Qualität der Ausbildung unserer Mitarbeiter. Ständige Schulungen von unseren namhaften Herstellern wie HP, Microsoft, Canon und dergleichen mehr garantieren diesen Level. Damit haben Sie auch einen Nutzen und wir hoffen auch weiterhin auf sehr gute Zusammenarbeit und hohe Kundenzufriedenheit. Dankeschön. 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 Bis zum nächsten Mal.